Vorwärts, Schimmer. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich hab immer von einer Farm geträumt. Was? Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur, wenn man es alleine macht. Okay. Hey, hast du davon nicht den Schlüssel? Mist. Ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Was ist das hier? Guni und Ghost würden das lieben. Die Wildkatzen, die ich hatte, bevor ich nach Jackson kam. Aber sie wollten irgendwie nicht mitkommen, also ich vermisse die kleinen Käger manchmal. Hast du Haustiere? Nein, das war noch nie mein Ding. Hm, wenn wir hier fertig sind, können wir dir vielleicht ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. Was ist das? Das sind ihre Angriffspläne für den Konvoi. Mann, die WLF haben das Militär einfach ausgelöscht. Sowas haben die Fireflies nie geschafft. Was ist das? WLF-Propaganda. Erinnere mich an die Fireflies in Boston. In New Mexico auch. Da gab es diese Ravens. So nannten sie sich selbst. Was wollten die? Das waren Ex-Fedra, die fanden, Fedra hätte zu viele Regeln. Sie haben Schutzgeld erpresst, viele Frauen entführt. Tolle Typen. Uff, toll. Ja. WLF-Propaganda. Was. Wobei. Wobei. Dann. Wie viele Ereignisse. Oh, das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte, was ginge schneller. Na dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Hey, diese alten Generatoren sind ziemlich ziemlich. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldigung, was? Gar nicht. Geht's? Hat der Klack? Tja, kein Begrüßungsmodell. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Halt die Fenster im Auge. Wurf. WLF. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaum. Ach, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Schuss. K15. Gäh. K15. 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 Oh, 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 oh. Oh, Gott. Ah! Okay, das war das. Ach. Wie, Lev. Sie wurden erschossen. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Gehen wir weiter. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Sie haben es mit Ihrem Benzin wohl nicht reinkommen. Das ist gut, oder? Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Was ist denn hier passiert? Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Den kenne ich nicht. Ja. 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 Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los, hier lang geht es raus. Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Du sagtest ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war es nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Du gehst zum Generator. Ich mach das Tor auf. Weißt du noch den Code? Der nicht gut geschrieben war? Ja. Haps. Und ich... Haps. Auf. Die Frage ist nur... Wo führt uns das hin? Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben. Dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Wort zur zwei so ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Ich hab noch diese... Dina! Dina! Schnapp die andere. Verliert sie nicht. Los! Dina! 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 Hey! Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Ich hab nach nem Typen mit ner scheißhäßlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja? Ja? Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Sie sind hinter uns her. Deshalb war nix so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich hab grad mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Einbringlinge töten. Woah, Moment, Moment! Das ist doch fälliger Schwachsinn! Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Du ist scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Es ist egal, wie viele es sind. Wir finden sie. Wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einverhalten und einfach... Dina! Dina! Super. Habt dich, Miserwechser. Alles gut? Geht schon. Ellie. Ellie. Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los, sieh dir den später an. War dein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm. Fuck Ellie. Ich hab keine Ahnung. Neco, geh raus. Verflucht doch mal! Los geht's. Wie viele hast du gesehen? Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. Scheiße. Weiter! Zäufers die Räume. Los, ich halt sie auf! Sie darf nicht entkommen! Sie sind in der Falle! Wie konnten sie entkommen? Du bist tot. Hast du mich? Oh, ich kaufe sie auf. Oh! 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 Was ist das? Okay. Alles okay? Ja. Erkennst du irgendeinen davon? Nein. Oh, fuck. Sofort alle hier unterkommen! Mehr von denen. Ach, woher kamen diese Schüsse? Weiß nicht. Durchsucht den Hof. Du, übernimm die Cafeteria. Ich bleibe hier. Okay. 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 Scheiße. Scheiße. Da oben. Das Gas. Ich weiß nicht. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Nein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich weiß, dass du da bist. So, wo steckst du? Los! Warum? Das sind echt Fehler. Ich hab's gesagt. Vielen Dank.